Hier befinden wir uns auf dem höchsten Wilhelmsdorf Wilmensee. Der höchstgelegene Aussichtspunkt in diesem Gebiet. Der ist gerade mal 833 Meter hoch. Schnauze Karte. Schnauze Karte. Schnauze Karte. Schnauze Karte. Schnauze Karte. Pilatus. Das liegt am Vierwaldstättersee. Das ist ein hoher Gipfel. Und da haben sie das Damensschild auch schon weggemacht. Wundersauberie haben sie hinterlassen die Leute. Oh, neues Jahr. Neuer Müll. Toll. Die Sicht ist heute nicht besonders gut. Zu viel Feuchtigkeit in der Luft. Da unten ist der Untersee. Da sieht man ein Stück vom Bodensee. Aber auch nur Waage. Da unten ist der Untersee. Und da drüben, da sieht man den Gehrerberg. Und ganz da unten sieht man ein Stück vom Bodensee. Jetzt verschwimmt alles. Oh, nicht gut. Zu düsig. Zu neblig. Keine gute Sicht heute. Und tschau.